Ja, ich freue mich beim Atreos Digital Event Restrukturierung dabei zu sein. Gemeinsam mit Manfred Meiering haben wir einen kleinen Case-Study-Vortrag mit dem Titel vom Großkonzern zum Standalone vorbereitet. Manfred Meiering ist ein erfahrener Interim-Manager und CRO mit einem ganz langen Track-Record, insbesondere im Automotive-Sektor. Und in diesem Mandat hat er den Spagat zwischen Sanierungs- und Transformationsaufgaben meistern müssen. Wir konnten ihn dabei mit unserer PMO-Lösung Falken unterstützen, unter anderem Projekt Governance etablieren und Reporting-Strukturen aufbauen. Und es zeigt sich tatsächlich, dass dieser Übergang genau der von der Sanierungs- in die transformativere Situation, das Handeln und das Denken der Organisation dort zu verändern, dass das eine Herausforderung ist, die Unternehmen, Berater, Interim-Manager in dieser Zeit ganz besonders betrifft. Und deswegen glauben wir, dass diese Case-Study für die Audience am 13. Oktober ganz besonders interessant ist. Und wir freuen uns darauf.